Hallo Mama, hallo Papa! Ja guck, wir müssen das Schiff mal entspielen, wenn du das so verkackt hast. Ja. Nein. Ich hab nichts gehört. Zurück. Oh, er ist auch schon gewacht. Okay, was geht's? Was muss ich machen? Äh, Timmel! Nein, Timmel! Ach, Timmel! Halt die Scheiße! Bitte! 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 Ich muss mitnehmen! Ich muss mitnehmen! Hey! So, das Blitz ist von Rotomaten. Mach! Mach! Ah, bitte! Nein! Mach! Wer da fertig? Nein! Oh nein, oh nein, ich bin aber am Spät! Nein! Okay, wir tauschen alle, wir tauschen alle! Klingel mit aufschneiden! Ohi! Uuuuh! Oh, keine Ahnung! Na, Tomaten, da muss ich gar nicht drüber haben! Nein! Nein, das, aber fertig! Haha! Echt? Ich wollte die eigentliche wieder wegwerfen. Ob das nicht geht, dann? So! Okay, das ist dann. Wormitt? Warum speist du dich weg, Adrian? Du musst festkommen. Ja, weil das im Blick ist. Wofür du? Nächstes Mal mehr zugucken So, ich mach fertig Jaa Nein, nein Achso, wir müssen was raus Wir tauschen wieder So Mach ein Spiel weg Römer bitte nicht drauf Bist du? Äh, wenn er entschleuschen Ja, hast du recht Und jetzt Tomate oder Arsch? Nee, als nächstes brauchen wir Füße Das war nicht zu blöde Ah Nein, 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 der tut Ah, okay Jetzt ein bisschen besser Jaa 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 Ich kann es nicht nehmen Jaa Jaa Ich kann es nicht nehmen Jaa Jaa Ich habe die Zwiebel in der Hand, also ich meinte, das kann man nicht... Die Pilzob ist fertig, ich lasse sie mit euch verbleiben. Die Pilzob ist nicht fertig. Ja, aber du kriegst noch einen Pilz. Ja, danke. Ich habe die Zwiebel in der Hand, also ich meinte... Ich glaube, wir haben die Zwiebel. Auf den Topf, auf den Topf, auf den Topf. Das ist gleiche. Zwiebel, wir brauchen Zwiebel, verdammt! Ja, ich warte auf. Oh! Okay, ich mache jetzt. Hallo! Okay, jetzt bin ich da rein. Kommt das jetzt vor den Rezeptor? Nee, mach, mach, mach. Ja, das kommt weiter. Ah, nee, das muss doch runter. Das ist nicht auf den Rezeptor, das ist nicht. Ich mache das nicht. Sie ist halt mehr da. Ich mache das nicht. Okay, runter, ich mache das. Komm, ich mache das Auto. Ich mache das Auto. Ich mache das Auto. Schnell, 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 schnell! Okay. 148. Aber 158, ich glaube das sind zwei Steine. Ich glaube, das sind so gut. Man kann gegeneinander spielen, wenn wir zu 14. Oh, was? Ich kann mich nicht. Oh nein, Adi, das ist der Tour. Ich mache das nicht mehr. Hä? Na ja, jetzt Fuchs. Wir haben einen neuen... Oh, guck, Fuchs! Nee, Frau Katze! Ich will auch Busfahrer. Versuch mal, Busfahrer. Kannst du drauf? Oh, ich will auch Busfahrer. Kannst du drauf? Hey, ich fahre Busfahrer! Nee, ich fahre. Nein! Hey! Ich fahre! Hey! Oh ja, fahre! Nein! Das ist doch nicht! Ich föhre zu Storhage! Ich föhre zu Storhage! Ich föhre zu Storhage! Ich fahre zu Storhage! Okay! Storhage! Wuhu! Wuhu! Okay, Piper, jetzt wieder das. Ich mügel hinterher. Nein, ich stelle, ich mügel. Wunder, 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 Wunder. Ich fahre zu. Ich fahre zu. Ich fahre zu. Ich bin der Schwarze. Ich bin der Schwarze. Du bist der Schwarze. Du kommst runter. Ey! Burger! Moment. How to make a basic Burger? Fleisch. Fleisch. Taka. Fleisch braten. Brötchen. Was? Fleisch. Das ist mir zu kompliziert. Ich bin überhaupt nicht ready. Was muss ich machen? Oh Gott, was ist denn das? Ist das hier ein Fließband? Aus Teppich! Falsch! Falsch! Ich hab keine Übersicht. Warum bratet ihr das? Wir braten jetzt. Genau. Und jetzt? Bratig? Ja, und Salat. Was ist das da? Salat! Nicht im Weg stehen! Ah, du schäfst den Weg! Was ist das? Ist das herzig hier? Nein, das ist nur Brötchen! Auf das Fleisch! Auf das da! Guck, ich brötchen her! Okay, dann mach's auf den Teller! Ich mach's hier auf den Teller, dann schläg mal, ich fahr doch wieder rein! Oh, Brötchen! Okay, ich mach Brötchen! Warte, da ist Fleisch mit Brötchen! Da drauf, noch? Ja! Aber da ist schon Fleisch drauf! Das ist nur Fleisch! Hätte jemand ein Stück Fleisch einfach auf den Boden, gehe ich hier nach oben! Was? Ich hab hier ein Fleisch in der Hand! Ich hab hier ein Fleisch in der Hand! Ich spür das jetzt auf! Stehen da? Okay! Da unten, warum stellst du dir einfach so ein Stenkel? Du wolltest Fleisch! Nein, du musst das ja erpacken! Du musst nicht was, dann auch richtig wegzustehen! Ahhhh! Euer Lachat! Äh, ich will habsen! Was darfst du? Absolut, Absolut, Absolut! Ich nö! Ich muss das nicht! Aber ich muss das nicht! Tada! Tada! Ist das da? Da oben ist das Beischweich, das ist... Ist das hier? Okay! Das ist Fleisch! Okay! Ich brauche Brötchen! Ja, Brötchen! Ich hab Brötchen gehabt! Ah, okay! Und jetzt Fleisch oder Salat? Ja, Salat und Tomaten brauchen wir machen! Ich hab hier! Schöne! Wollen wir uns irgendwie mal einigen verfassen machen? Nein! Ich hab hier Brötchen! Ich hab hier Fleisch! Ja, genau! Kannst du mich? Ja! Kannst du mich abnehmen? Achso, das ist noch nicht fertig! Ich kann das! Wie ist das noch nicht fertig? Da fehlt noch ein viel Müller-Kochen! Jetzt ist mein Tisch! So, jetzt machen wir Salat! Salat, 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 Salat! Passiert! Dann haben wir schnell eine Panne in der Hand, bis das heißt! Da steht so eine Panne! Ist das Problem? Ordnung muss sein! Okay, ich wasche den Teller an! Und ich? Und ich? Was soll ich machen? Brötchen auf den Teller! Was soll ich machen? Ich mach neuen Teller! Ich mach neuen Teller! Hier ist ein Teller! Ich mach Salat und Salat! Teller! Ich hol Salat! 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 Auf den Teller! Nein, es hackt nicht! Nein, nein! Geht da nicht! Du musst den Salat hacken! Achso! Schnell, wir wollen den Salat! Achso! Oh, bitte! Oh, bitte! Oh, nein! 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 Ist das hier nicht? Ja! Ah, da ist noch angezeigt! Was stimmt! Das ist interessant! Das muss ich nicht! Das ist so wichtig! Das ist so wichtig! Brauchen wir jetzt noch Fleisch oder so? Ja, ein Brötchen macht auch ein Brötchen! Ne, ich hol jetzt Fleisch! Oh Mann! Einfach ein Brötchen! Ein Brötchen! Ein Brötchen! Ein Brötchen! Ein Brötchen! Ein Brötchen! Das sind immer ganz viel zurückpacken! Das hat immer gut gedacht! Ich hab ein Brötchen gemacht, das Fleisch! Ich bin verbirgt! Ich mach das jetzt auch drauf! Du musst das jetzt auch einfach machen! Das ist doch ein Brötchen! Das ist doch ein Brötchen! Das ist das Fleisch! Was ist das so Brötchen? Keine Ahnung! Ich hab da erst mal die Stelle reingestellt, wenn wir das jetzt noch nicht hinbekommen haben. Also was ist denn gar nicht? Es hat bis hier hingeschafft. Ah, die Bestellungen sind gar nicht gemacht? Nein. Ist das wert? Nein, 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 nein. Das ist nicht so. Oh, schnell. Okay. Warum ist das nicht gehackt, warum? Oh, ist das so? Ich hab's nicht. Mein Fleischbrötchen. Oh, der ist wirklich falsch. Ihr braucht ein Brötchen. Kann mir jemand ein Brötchen geben? Eine Sekunde, Leute. Was schaffen wir noch? Haben noch eine Sekunde. Wir haben's geschafft. Oh, das sind zwei Sterne. Oh, ja. Toll, die war. War total einfach. Ja, ein Entspannenspiel. Auf jeden Fall. Ich bin schon mal zum Einschlaf. Also ich mag das. Kann man das auch allein spielen, dann musst du zwei Köche gleichzeitig spielen. Oh Gott. Nee. Nicht? Komm aus. Hm. Nee. Untertitelung des ZDF, 2020